So, schönen guten Morgen zu Merkdamorgen. Das verspricht wirklich ein schöner Morgen zu werden. Die amerikanische Notenbank hat gestern, muss ich da reinschauen? Ja, ich muss da reinschauen. Die amerikanische Notenbank hat gestern tatsächlich das geliefert, was man sich von ihr erhofft hatte. Im Wesentlichen ist die Notenbank jetzt auf das eingeschwenkt, was der Markt ohnehin gesagt hatte. Nämlich, dass die Anleihekäufe deutlich reduziert werden müssten. Das war mehr oder weniger klar. Aber es geht jetzt eben um die Zinssteigerung. Das hat man auch bei der Notenbank erkannt. Und es geht darum, wie viele Zinsschritte. Und da wurde signalisiert, drei Stück. Und das ist das, was der Markt vielleicht auch in den vergangenen Tagen, vergangenen Wochen eingepreist hatte für verschiedene Werte. Und deshalb ging es gestern eben nach oben. Und jetzt schauen wir mal nach Frankfurt, was es denn heute Morgen für den DAX bedeutet. Es könnte kräftiger nach oben gehen. Die Stimmung müsste eigentlich ganz gut sein. Ja, moin aus Frankfurt. Genau so sieht das aus. Also die Stimmung ist ziemlich gut. Wir dürften mit satten Aufschlägen in den Tag starten. Denn du hast es schon angesprochen. Der Markt hatte einfach viel eingepreist. Weil in den vergangenen Jahren wäre das ja fast undenkbar gewesen. Die US-Notenbank sagt, okay, wir straffen unseren geldpolitischen Kurs. Wir weichen ab von der jahrelangen ultralockeren Geldpolitik. Und der Markt sagt, hey, super. Aber es kam erstens ja quasi nicht so überraschend. Und der Markt hatte es schon eingepreist. Außerdem, man setzt ja quasi ein Zeichen, dass man die hohe Inflation eben bekämpfen möchte. Sieht die nicht mehr als so temporäre Geschichte an, die sich von selbst erledigt. Hat außerdem auch die Wachstumsprognose fürs kommende Jahr etwas angehoben. Also das in der Summe kommt gut an am Markt. Und vor allem, die Börsen schätzen nur mal Planungssicherheit. Und da hat man jetzt einfach ein bisschen mehr Klarheit bekommen. Und das kommt am Markt eben ausgesprochen gut an. Wir sehen heute Morgen an den asiatischen Börsen viel grün. Nicht überall. Besonders deutlich beim Nikkei. Da haben wir aber auch noch Daten aus Japan gesehen, die gut ankamen. Und gestern an der Wall Street, da ging es aufwärts für den Dow Jones um über 1%. Die Tech-Werte, die haben sich noch doller erholt. Also wir sehen, diese FED-Entscheidung kommt gut an. Und ja gut, es ist die Woche der Notenbank. Das heißt, nach der FED kommt heute dann die EZB. Da sind wir natürlich auch gespannt, was dann um 13.45 Uhr so über die Ticker laufen wird. Ansonsten gibt es auch noch ein paar Konjunkturdaten heute im Laufe des Tages. Aber nachdem gestern ja der große Hingucker für uns allerdings nachweislich die US-Notenbank war, schauen wir dann heute natürlich und in dem Fall ja innerhalb unserer Handelszeiten auf die Europäische Zentralbank. Genau. Und wie heißt es so schön? Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und das heißt, heute Mittag geht es für uns dann direkt weiter. Dir einen schönen Dank. Schönen Tag nach Frankfurt. Und Viola hat es ja gerade angesprochen. Es geht vor allen Dingen auch darum, dass die aus Anlegersicht die Notenbank jetzt die Probleme erkannt hat, adressiert und dass sie tatsächlich glaubt, mit diesen Zinsschritten dann oder die Zinswende einleiten zu können, ohne dass sie die Wirtschaft abwirkt. Das ist ja der ganz wichtige Punkt. Und deshalb ging es gestern nach oben. Und Sie sehen, besonders stark ging es nach oben im Technologiesektor. Das heißt, dieses De-Risking, das wir so ein bisschen gesehen hatten in den vergangenen Tagen, was ja auch immer mal wieder den Nasdaq unter Druck gebracht hatte, das hat sich jetzt gestern verkehrt. Die Anleger sagen, okay, wir haben Planungssicherheit. Vielleicht, ja, im nächsten April oder im nächsten Mai, da könnte es mit dem ersten Zinsschritt losgehen, je nachdem, wie sich Corona letztendlich entwickeln wird. Und dann sehen wir vielleicht im September und im Dezember zwei weitere Schritte. Das sind gute Nachrichten für diejenigen, die tatsächlich dann Zinspapiere in den USA haben. Ja, und Sie sehen es heute Morgen dann Asien eben mit einer entsprechenden Reaktion, zumindest was Japan betrifft. Schauen wir uns mal ein paar Einzelwerte an, denn das wird ganz interessant. Das ist eine Fehlstellung im Chart. Da brauchen Sie momentan jetzt nicht allzu viel Wert drauflegen. Der Bitcoin hat relativ wenig reagiert. Sie sehen es gerade, wir hoppeln im Bereich um die 49.000 irgendwo hier weiter vor uns her. Wichtig ist, dass wir die 200-Tage-Linie nicht unterschreiten, denn in dem Fall hätten wir ein deutlicheres Verkaufssignal. Aber wenn es um De-Risking geht, beziehungsweise um eine Abkehr davon, dann müsste eigentlich der Bitcoin jetzt ebenfalls positiv tendieren können. Interessante technische Situation, behalten wir natürlich für Sie im Auge. Sollte es drunter gehen, ist mit größeren Abschlägen zu rechnen. Gold ist zuletzt ja schwach gewesen. Gold zahlt keine Zinsen. Das ist ein alter Spruch. Könnte ich mittlerweile 5 Euro in die Sparbüchse reinwerfen. Aber Sie sehen es auch hier. Wir haben auch am Edelmetallmarkt tatsächlich steigende Kurse gesehen. Ganz einfach, weil die Stimmung gedreht hat. Insgesamt zu gut. Und man scheint das alles etwas besser einplanen zu können. Vielleicht war man bei Gold sogar der Meinung, es würden noch mehr Zinsschritte kommen oder sie würden schneller kommen. Und deshalb jetzt so eine kleine Gegenbewegung von einer großen Bewegung kann man ja da noch gar nicht sprechen. Allerdings, was ich fortsetzen dürfte, ist dann natürlich, wenn wir diese untere Schiebezone verlassen beim Euro-Dollar, dann könnte es nochmal ein bisschen haarig werden, was unsere eigene Währung betrifft gegenüber dem Dollar. Denn dann dürfte Kapital abfließen in Richtung der US-Märkte. Jetzt müssen wir auch das natürlich erstmal im Blick behalten. Momentan, ich hatte es Ihnen schon mal gesagt, hier unten, dieser Bereich ist gerade eminent wichtig. Für uns geht es drunter. Das wäre dann sicherlich, da würden dann so ein paar Dämme brechen und da könnte es dann etwas ruppeliger werden. Momentan natürlich, was den Verfall der eigenen Währung betrifft, gar nicht so schlecht, weil wir nun mal eine Exportnation sind. Und das ist alles noch nicht der Rede wert. Momentan durchaus vorteilhaft. Wir haben bei Tech-Werten gestern eine sehr interessante Entwicklung gesehen. Das sind jetzt alles die Tagescharts. Sie sehen also nur sehr kurz, wie sich das Ganze am Ende ausgespielt hat. Aber wenn Sie sich dann den Tag genauer anschauen, werden Sie feststellen, die haben alles schwach aufgemacht und haben dann alle tatsächlich mit der Notenbankentscheidung nach oben gedreht. Und ob das jetzt eine Apple war oder ob das eine Tesla war, spielt keine Rolle. Insgesamt ging es gestern für Technologie eben nach oben. Zeigt, Anleger sind mit dem, was Sie da gehört haben, absolut zufrieden. Bei Amazon ist zumindest mal damit das Verlassen dieser doch recht wichtigen Unterstützungszone und vor allem die Gefahr auch, dass wir auf 3.200 zurücksetzen. Das ist erst mal gebannt. Jetzt ging es gestern erst mal kräftiger nach oben. Beim DAX, Biola hat es gerade angesprochen, verspricht ein interessanter Tag zu werden. Hat mal wieder schön funktioniert mit der 200-Tage-Linie. Da haben wir es schön aufgesetzt. Daimler, klar, profitiert nach wie vor vom erfolgreichen Börsengang von Daimler Truck. Und da ging es ebenfalls gestern nach oben. Es ist jetzt nicht so viel, was an Nachrichten dabei ist. Deshalb können wir das relativ schnell abhandeln. Da gibt es wenig Nachrichten, die es momentan zu berücksichtigen gilt. Bei Daimler Truck beispielsweise ein Großauftrag aus Schweden über eine Reihe von Elektro-LKWs ist natürlich positiv. Gerade in dem Umfeld, wenn es darum geht, Mensch, die Aktie ist erst seit ein paar Tagen im Markt. Jetzt kommen positive Nachrichten dazu. Ich hatte ja schon gesagt, die Analysten durchaus wohlwollend Kursziele 40 bis 48 Euro hoch. Da hätten wir noch jede Menge Platz nach oben. Wenn das Ganze erreicht werden sollte. Aber das Ganze, wie soll man sagen, das Umfeld für Daimler Truck momentan sicherlich sehr positiv zu sehen. Airbus, die haben dem großen Konkurrenten Boeing einen Großauftrag ab. Oder die haben Boeing ausgestochen bei einem Großauftrag in Australien. Qantas wird jetzt zunächst einmal 90 Maschinen von Boeing bestellen. Insgesamt könnte der Auftrag doch deutlicher über 100 Maschinen ausmachen. Am Ende unter anderem für den A320 sicherlich positiv zu werten. Sie hatten ja zuletzt mitbekommen, dass Boeing wieder unter Druck geraten ist, nachdem da Whistleblower gesagt haben, dass es auch mit der Fertigungsqualität der neuen Flugzeugtypen nicht allzu weit her ist. Das heißt, man scheint da irgendwie aus der Vergangenheit nichts gelernt zu haben. Wenn ich mir hier tatsächlich Airbus mal etwas genauer anschaue, dann muss ich sagen, eine sehr wichtige Entwicklung, die wir hier gerade beobachten. Wir haben den Bruch der 200-Tage-Linie. Sehr schnell ist die Aktie durchgelassen worden. Wir haben uns dann wieder zurückentwickelt und jetzt haben wir hier, das ist der wichtige Bereich, eigentlich haben wir einen Test der Ausbruchslinie vorgenommen. Schauen Sie in die ganzen Lehrbücher für Charttechnik, werden Sie feststellen, aha, das ist wichtig, weil dann kommt es darauf an, wie entwickelt sich die Aktie weiter. Kommt es sofort zu einer Wiedereroberung oder Rückeroberung dieser Unterstützungsmarken, alles in Ordnung. Aber, wenn man die Charttechnik normalerweise weiter verfolgt, dann gibt es einen Ausbruch, einen Test dieses Ausbruchs und dann entwickelt sich die Aktie auch oft genug in die Richtung des Ausbruchs. In dem Fall wäre das eben nicht gut, weil dann dürfte die Aktie weiter fallen. Im Großen und Ganzen wäre das dann erledigt, wenn wir hier diese Unterstützungsmarken am Ende nach unten verlassen. Dann müsste man tatsächlich davon ausgehen, dass sich hier mittelfristig zumindest die Kurse weiter nach unten entwickeln. Insgesamt gesehen, Airbus ist natürlich durchaus solide. Wenn ich einen Flugzeugbauer im Depot haben wollte, dann wäre es vermutlich, also nicht, dann wäre es vermutlich, dann wäre es auf jeden Fall die Airbus-Aktie. Und jetzt die positiven Nachrichten, positive Stimmung, könnte also genauso gut sein, dass wir hier nochmal die Kurve kriegen. Wenn wir von De-Risking sprechen, dann sprechen wir natürlich auch von HelloFresh, ist klar. Die Aktie war hoch bewertet, war stark gelaufen, jetzt dann ordentlich nach unten abverkauft und jetzt eben ein neues Umfeld, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Heute zumindest dürfte das Papier wohl erstmal nach oben laufen, ebenso wie Infineon. Wenn der Markt läuft, ist Infineon ohnehin immer mit dabei. Das ist so ein schöner Indikator, da braucht man gar nicht auf den DAX schauen. Da schaut man nur auf Infineon, dann weiß man in etwa, womit man es in Deutschland zu tun hat. Es verspricht ein schöner Tag zu werden, zumindest zum Auftakt. Hoffen wir mal, dass die Stimmung am Markt anhält, die Futures auf die amerikanischen Indizes auch schon wieder im Plus. Das verspricht eben dann am Nachmittag auch, dass es zu Anschlusskäufen kommen könnte. Aber der Nachmittag ist natürlich noch nicht da. Wir haben noch ein paar Stunden vor uns, werden das Ganze dann natürlich auch begleiten online auf www.deraktionär.de. Und wir sehen uns wieder um 14.40 Uhr und dann geht es tatsächlich mal ans Eingemachte. Dann schauen wir uns mal an, wie die US-Börsen in den Tag starten werden. Bis dahin, gute Zeit, gute Kurse. Tschüss. Tschüss.